So, wer da? Also, moin moin Leute, sag ich da. Was hat Jansky denn so zu erzählen? Zehn Minuten. Hallo meine Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, das weiteren Rennwelt-Data-Wert-Serien. Marco verliert den Verstand. Und Evo ist auch wieder dabei. Oh Gott! Jansky hat meinen Stream auch offen. Sehr gut. Guten Tag Jansky. Ich weiß nicht, ob der Ton an hat, mit so vielen Streams offen. Was hat der hier? Eins, zwei, ja acht Streams. Okay. Du musst so ein Schild machen. So ein Schild. Hallo Jansky. Schönes Schild gemacht. Jo, vielleicht nehmen wir einen neuen Satz. RTG ist verboten, RTG ist verboten. Was? Oh. Was heißt das? Nicht mehr fahren? Riesnäß. Ah, na dann haben wir es ja geschafft. Ich war ins Briefing gegangen. Oh, oh. Hahaha. Alle hier hinten werden vorsichtig fahren. Weil die wissen, was letztes kam. Ja. Er ist jetzt wieder innen, zieh rein. Was machst du da? Nee, nee, nee. Den Linken habe ich nicht berührt. Natürlich, du bist in die Reine gefahren. Ohne scheiße, ich hatte bei dem Linken kein Contact. Er ist jetzt wieder innen, zieh rein. Was machst du da? Natürlich, du bist in die Reine gefahren. Oh, fuck. Digga, du bist so der Wurst, Alter. Boah, hab ich nicht gesehen. Das war so ein Glück hatten wir. Junge. Das war genau das Gegenteil von Nürburgring. Diesmal hatten wir Glück. Oh, no. Mann. Warum? Übrigens, dafür hat man 30 Euro Startgebühr gezahlt. Ah ja. Och, Mann. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Aber nicht ironischer Natur, sondern ich muss einfach ein bisschen schmunzeln, dass man dafür 30 Euro bezahlt hat. Ey, come on. Jo, wuhu. Rudi, let's go. Let's go. Junge, willst du noch mehr Sekunden Strafe holen oder was machst du? Ich kann das hier nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht. Oh, oh. Ach, Mann. Was? Was? Mann, das gibt es doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen soll oder ob ich das traurig finde. Geht das jetzt 10 Minuten so? Also, ich fahr die Scheiß, sobald ich nicht mehr weiß, das wird ja zum Meme hier. Ich glaub, die verwechseln das mit Big Red oder so. Hand. Ja, na, erst mal. Gut. Hä? What the fuck? Wie macht der? Schon letzter Outland. Boah, dann muss er gleich tauchen, ne? No. Shit. Aber noch. Genau das mein ich. Ich hab alles gesehen. DT, du hast es geschein... Oh, nee, in der letzten Kurve? Oh, ist das... Oh, ist das ärgerlich. Wir sind bei einer Worte. Nein. Ist das ärgerlich. Digga, ist das schon mal jetzt so scheiße durch die Schkane, ne? Am Endgü stirbst du, am Exit stirbst du. Ich hab Zeit verloren, du krieg wieder ne DD. Hey, Junge, wo kommt der Light-Modell? Ja, egal, egal. Was du willst? Karma. Oh, ja, der McSaron. Ja, genau. Oh, ja, nein, nein! Ey, hör doch auf, hier tankt zu fahren! Das ist eng. Dazu dritt ist eng. Das ist weg zu fahren. Oh, der crasht, fine. Will der Brems-Ton von dem AMG, der da hinten abgeschossen kann? Ticket nach Mavic ist ja schon wieder tot. Kommt noch. Oh, Gott! Ja, das war meiner. Alter! Den hab ich komplett aufgespielt. Es kommen alle. True white, true white, pass auf. Auto so machen, ich mache so. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Junge. Maga, da ist doch bei IMSA Multiclass ein bisschen, ähm, ein bisschen schöner. Also, das ganze Geile ist zählt. Oh, nein, nein, halt die Bremse. Oh, das hat er gegen die Wand gefahren. Es ist Mavic's. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Es ist so mordlos, wirklich. Der arme Junge ist komplett gebrochen, glaube ich. Oh, nein. Hey, also, das ist mir zu dummer Lust. Ich sag's doch, wie's ist. Natürlich. Du bist so ein Hoden, Mann. Erstmal das Puzzle vervollständigen. Digga! Ach, Mann, Herr. Ohne Scheiß. Ey, so ein Idiot. So ein Idiot, Mann. Ey, was ist das für eine Shitshow hier? Ich wollte nicht ganz von der Sache. Vor allem ist doch direkt zwei Wollensgegen. Perfekt. Ah, und final warning. Hallo! Nein! Was? Hä? Ach, nee. Weil sie das Schild weggefahren haben, oder was? Ach. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ey, das gibt es doch nicht, Mann. Ach, Mann, Herr. Ich hab hier vorne das Schild liegen sehen. Und dachte, hier vorne ist die weiße Linie. 104. Kissa, 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 Kissa. Kissa hat, Mann, komplett über den Haufen gedeift. Alter, Chat, was ist... Ich, mir fällt so viel ein, ne, aber ich glaub, damit würd ich mich sehr unpopulär machen, wenn ich das sage. Deswegen guck ich mir das einfach nur an, okay? Ich guck mir das einfach nur an. Das für ein Rennen! Ich würde mir, glaub ich, mehr Feinde machen, als Freunde. Geistesgestört. Geistesgestörtes Rennsched. So geil, macht so viel Bock. Jetzt sag ich mir mit 59 raus, bei 33 Minuten. Ja, 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 ja. Jo, wahrscheinlich. Ja, GG, Digga. Digga. Ja, ja, ja. Juhu, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Der schießt Barrier fast ab. Ist das jetzt hier Pro-Series? Das ist auch Pro-Series jetzt? Okay. Ja, Brr. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Noah, komm mal zu mir. Noah, komm. Du musst doch richtig auf Schmerzen stehen, oder? Wenn du SRO fährst, LFM Daily und dann tust du dir auch noch Big Red an. Du musst richtig Bock auf Gangbang haben, wo die Leute dir rechts, links, oben, unten in allen Lebenslagen einfach reinfahren. Da musst du richtig Bock drauf haben. Das war übrigens, das war das einzige Rennen, was ich gefahren bin, als der Patch rausgekommen ist. Wirklich. Ach, so prügig, das ist nichts Neues. Ich mein, was hat man erwartet? Pff, ehrlich. Das ist tatsächlich jeweils bloß eins. Ich gewinne immer an Erfahrung. Oh, scheiße, falsches Auto. Ich kann mich entsinnen, das war witzig. Pff, warte. Oh, shit. Ich wollte was gucken bei dem anderen vorne und hab die falsche Tasse gedrückt. Das war so dumm. Falsche Tasse gedrückt und dann spürte ich das Grasende. Immer ne sehr gute Idee, soll ich dir das sagen? Ja, du, ich dachte... Der fährt... TC4! Ja, weiß ich, hab ich schon, hab ich rausgefunden, aber ich war dann irgendwann auch in einem S-Martin drin und dachte mir so, scheiße, das ist nicht mein Auto. Digga, das Ganze ist gegeben. Ich wollt mal gucken, was der vor mir für eine TC fährt. Was man alles so macht. Ich geh noch mal ne Runde pennen, ne, vorm Rennen. Also Janski, schönes Video. Dankeschön. Die ersten acht Minuten waren nicht witzig. Das war einfach nur... Es ist leider einfach... Also ich spreche das jetzt so neutral an, wie es geht. Das ist einfach nur ein Trauerspiel. Das ist einfach nur ein Trauerspiel. Also mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Also das hat auch für mich, glaube ich, mittlerweile nichts mehr mit Racing zu tun. Das ist einfach nur noch Egos, die aufeinandertreffen, um sich gegenseitig irgendwie zu malträtieren, habe ich das Gefühl. Und das Schöne ist, du schneidest das. Ich glaube, mehr muss man auch gar nicht sehen von den Rennen, habe ich das Gefühl. Das reicht schon, wenn man das sieht, um sich davon wild zu machen. Wild. Sehr wild. 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 Wild.